Du musst jemand werden, du musst aufhören und guck mal, das ist das Coole daran. Fang an, wirklich, geh einfach rein, das ist der größte Amateur deines Lebens. Ich hab vor viereinhalb Wochen ungefähr angefangen, mich ketogen zu ernähren. Ich bin im Aktiengeschäft jetzt. Guck mal, wie dumm. Da hast du schon abgeschlossen. Und da hab ich schon, in meinem Kopf schon so. Leute, die die Welt kontrollieren. Was ist hier los? Ich hab damit angefangen und auf einmal hatte ich mehr Lust, mehr zu machen für meine Karriere. Die Menschen, die dich zum Beispiel inspirieren, jemand zu werden. Aber es gibt KIs, die funktionieren ganz anders. Lasst euch eure Träume nicht rausreden, nur weil einer sagt, du schaffst das nicht oder das ist unmöglich. Guck mal, ganz kurz, es geht schon so weit, wo ich sage, Deutschland hat einfach keine Zukunft. Ladies and Gentlemen, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Und Salam Aleikum. Atakan. Aleikum Salam. Wie geht's dir? Alhamdulillah, mir geht's gut, wie geht's dir? Mir geht's auch super. Es freut mich sehr, dass wir uns heute hier zusammen getroffen haben, um jetzt den... 31. Wie immer wissen wir es nicht. Um den 31. Podcast, hoffe ich einfach mal, zu drehen. Wir sind zwar unregelmäßig, aber wir ziehen dennoch durch. Wir haben nie aufgehört. Ja. Und das ist das Wichtigste, niemals aufzuhören. Und wir werden auch damit nicht aufhören mit diesem Podcast, Ladies and Gentlemen. Ciao Allah. Ciao Allah. Wir wissen ganz genau, dass wir uns jetzt sehr lange Zeit gelassen haben. Es gab einige Umstände, die dafür gesorgt haben, dass ich nicht den Podcast hochladen konnte oder aufnehmen konnte und Atakan dann mal wieder nicht. Lange Rede, gar keinen Sinn. Und was sind in den letzten zwei Monaten so alles für Geschehnisse in unserem Leben passiert, dass wir uns heute wieder treffen, Atakan? Wie geht es dir? Was ist in den letzten zwei Monaten passiert? Es fühlt sich länger als zwei Monate auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch länger. Ich glaube, es ist auch mehr als zwei Monate. Es ist viel passiert. Wir sind umgezogen. Ich habe eine Pause eingelegt, was Twitch betrifft, wegen den Sommerferien. Man hat einen Fokus auf andere Dinge, weil dieses Zuhause zu sitzen und Geld zu verdienen ist nicht so wichtig manchmal in gewissen Momenten, weil man andere Dinge bevorzugt, wie Familie und Freizeit und sowas. Geld verdient man als Twitch, oder? Ja, ja. Das ist zwischendurch und so. Das, der Umzug. Was noch? Ich bin im Aktiengeschäft jetzt. Aktien? Aktien, ja. Ich habe damit begonnen. Ein bisschen reingefuchst, gelesen, Videos geguckt und sonst was. Ja, das ist so mein aktueller Stand bei dir. Erstmal crazy, Alter. Ja. Aktien? Guck mal, du hast mir schon so ein bisschen davon erzählt. Deswegen will ich auch nicht ein auf zu überrascht hier für den Podcast tun. Wir bleiben immer noch so authentisch, wie wir es immer sind. Aber Aktien? Wie kamst du auf Aktien? Aber Aktien? Ich meine, guck mal, es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Guck mal, ich weiß ja, wir sind auch immer so in der Motivationsschiene und Disziplinschiene, dass wir uns da beide sehr einig sind, dass wir sagen, okay, wir probieren immer was zu machen, was uns irgendwie weiterbringt, was uns vielleicht mehr Geld bringen kann, was uns irgendwie mehr Erfolg, Glückseligkeit im Leben bringen kann. Bei all den Sachen, die es gibt, warum Aktien? Es gibt Betreuung, Dropshipping. Also es ist ja nicht so, dass ich mir nur eine Sache angeschaut habe und gesagt habe, ich möchte das machen. Ich habe schon immer gesagt, es ist mein Wunsch, ein passives Einkommen aufzubauen. Stimmt, das hast du auch schon mal im Podcast gesagt. Wollte ich immer machen und ich bleibe halt immer dran am Ball. Ich versuche irgendwas zu machen, weil ich mir denke, ich will nicht so leben, dass ich nur acht Stunden arbeiten gehe und dann immer monatlich meinen Lohn bekomme, sondern ich will auch nebenbei was am Laufen haben. Und ich habe es durch die TikToks, Creator, wie heißt das? TikTok Creator Programm durchsteht. Creativity Programm, ja. Genau, am Anfang habe ich da profitiert durch die Podcasts und sowas. Dann haben wir lange Zeit nichts mehr gemacht, deshalb kamen auch keine Clips mehr und dann habe ich nichts mehr verdient. Wolltest du dich nicht abhängig machen? Genau, ich wollte mich nicht abhängig machen. Ich dachte mir, okay, ich mache was anderes, aber es war einfach nicht mein Ding mit den Straßeninterviews und sowas. Ich wollte auch nicht eine Sache machen, die mir nicht Spaß macht. Dann habe ich über Dropshipping mich informiert und ich habe dir doch auch mehrmals geschrieben deswegen und ich habe jetzt aus einer seriösen Quelle von einem Bruder mitbekommen, dass das islamisch nicht korrekt ist. Sollte man nicht machen, weil du darfst keine Sachen verkaufen, die du selbst nicht besitzt, sozusagen. Und das wurde mir dann genau am Telefon nochmal erklärt und dann habe ich mich davon abgewandt und dann zu guter Letzt hatte ich ein Gespräch mit meinem Schwager. Und der ist im Aktiengeschäft und hat mir gesagt, wie das abläuft, der hat mir vieles erklärt, hat mir auch gesagt, befass dich nicht mit 20 Dingen gleichzeitig, sondern fokussier dich erstmal nur auf eine Sache und komm langsam rein, weil das ist ein bisschen kompliziert, meinte er. Und das hat mich interessiert und ich hatte immer nur 200, 300 Euro da drauf gemacht, also so eine ganz kleine Summe, weil ich immer Angst hatte. Ich hatte immer Angst, ich dachte, Aktien, ich höre nur Aktien, Risiken und dein Geld kann sofort weg sein. Heute auf morgen einfach, Firma stößt ein, alles weg. Und ich habe meinen Schwager gefragt, was ist denn jetzt da und sowas. Er sagt, ja, im Internet übertreiben wir mal, was das betrifft. Es gibt doch diese Hebelsachen und sowas, wo du für einen Tag sehr viel Geld setzt. Du kannst zum Beispiel 10 Euro setzen oder du kannst auch mehr Geld einsetzen, als du besitzt. Dann kannst du Minus gehen auf einem Schlag. Aber du kannst auch das Risiko eingehen und mehr gewinnen, als du überhaupt einsetzt, weißt du. Und hin und her hat er mir gesagt, es gibt ETFs. Das ist zum Beispiel ein Unternehmen, das in mehrere Unternehmen investiert. Investiert und du investierst in dieses Unternehmen, was in andere investiert. Und dann siehst du sogar, in was es investiert. Sowas wie Apple, Microsoft, Meta-Plattforms und was auch immer. S&P 500 gibt es ja, es gibt richtig viele. Genau, das sind die 500 stärksten Unternehmen in Amerika zum Beispiel. Du kannst auch da investieren und die Wahrscheinlichkeit, dass einer von diesen Marken überhaupt bankrott geht, ist sehr, sehr gering, meiner Meinung nach. Aber allerdings, dieser Marktwert kann dennoch sinken. Und bei dem ETF, ich will das jetzt nicht zu krass kompliziert erklären, ist es einfach sehr unwahrscheinlich, dass es sinkt. Sehr unwahrscheinlich, dass es so krass sinkt, dass dein Geld weggeht. Solange jetzt keine Wirtschaftskrise kommt, wo ganzes Land untergeht, kann man nicht davon Genau, das muss passieren, damit dein Geld auch weg ist. Und das ist jetzt nicht sehr unwahrscheinlich, aber unwahrscheinlich, würde ich jetzt sagen. Und ETFs waren für mich immer eine sichere Sache, aber dennoch nur etwas, was langfristig wirkt. Das heißt, wenn du investierst, wirst du vielleicht in 10, 20 Jahren davon einen Profit haben. Also nicht so einen Bitcoin-Film, so Bitcoin, Ethereum. Du investierst, hast in drei Wochen einfach dein Geld verdreifacht. Das war ja auch nur in der Anfangsphase. Ja, ist ja immer so. Guck mal, so funktioniert der Wirtschaft. Manchmal gibt es Phasen, wo du sagen kannst, ich investiere jetzt, ich habe morgen einfach eine Million, dann gibt es Phasen, du investierst eine Million, hast morgen eins. Einen Dollar, nichts mehr. Genau, das ist bei diesem Crash, wie gesagt. Aber bei einer Aktie kann das anders ablaufen. Sagen wir mal, du investierst in Nike und die haben gerade allgemein einen, wie nennt man das, was hast du gerade gesagt? Kursabfall-Crash. Diesen Crash, ne? Und die sinken von, keine Ahnung, eine Aktie ist 200 Euro normalerweise bei den Wert, so jetzt ist es aktuell bei den normalerweise 100, 110 und die sinken auf einmal auf 30 Euro und du sagst, ey, das ist der perfekte Moment, da zu investieren, weil eigentlich sind die immer auf 100 und so. Die müssen nur aus diesem ganzen Crash wieder rauskommen. Dann investierst du dein Geld und die kommen wieder auf diesen selben Wert. Du hast das Doppelte an Profit wieder raus, wenn du auf diesen Moment wartest. Wichtig ist, wichtig ist aber, dass du geduldig bist und nicht emotional handelst. So, ich muss jetzt mein Geld nehmen, weil das gerade steigt. Das ist wirklich bei allem, und damit hast du was richtig Gutes angesprochen, gerade ein sehr gutes Thema, das ist bei allem der Fall. Emotional, ne? Nicht immer emotional handeln. In den meisten Fällen sogar stoizistisch handeln und sich sagen, guck mal, vielleicht ist das, was gerade passiert, nicht mal so schlimm, wie ich es eigentlich am Anfang gespürt oder gedacht habe. Weil sobald etwas passiert, guck mal vorhin zum Beispiel, ich habe ja jetzt einen höhenverstellbaren Tisch, und das Beispiel passt gerade perfekt. Atakan hat aus Versehen den Tisch hochgedrückt, oder runtergedrückt, also ist ja so ein kleines Touchpad, dann raufgedrückt und der Tisch ist runtergefahren. Und seine erste Reaktion war richtig panisch. Was ist hier los? Bevor er dann realisiert hat, ach, es läuft langsam, es funktioniert, es soll auch so funktionieren. In den meisten Fällen, und das ist so das, was wir als Menschen immer noch, würde ich sagen, in unseren Instinkten besitzen, ist nun mal diese Aufmerksamkeit, dass wenn dann mal wirklich was Schlimmes passiert, dass du emotional so, weil mit hoher Emotion funktioniert dein ganzer Körper besser, nur wenn du es kanalisieren kannst. Wenn du einfach übertrieben aggressiv bist, zum Beispiel im Ring und boxen gehst und dann einfach um dein Leben rumhaust und dies und das und keinen klaren Kopf hast, kriegst du eine rechte und damit liegst du auf dem Boden. Genau, man braucht diese Ruhe noch. Genau, wenn du aber diese Emotion, dieses Aufgebrachte kontrollierst, kanalisierst und sagst, guck mal, ich bin sehr aufgebracht gerade, aber ich konzentriere mich dabei und ich nutze diese Kraft, die ich habe in der Sekunde, du weißt, wie krass es ist, wenn mein Adrenalin oder irgendwie sowas, wenn es gerade da ist, wie krass dein Körper funktioniert. Das ist einfach Superpower, wenn du das weißt einzusetzen. Von daher, in vielen Sachen, ladies and gentlemen, vergesst niemals, emotional zu handeln, funktioniert nur soweit, wie du nicht schwerwiegende, langfristige Entscheidungen treffen musst. Sag das mal wieder? Schwerwiegende und langfristige Entscheidungen treffen musst, finde ich. Also ich sage mal so, wenn ich jetzt, guck mal, zum Beispiel, wenn das passiert ist gerade mit dem, du würdest auch nicht einfach so einen Backflip machen jetzt aus Reflex, weißt du, was ich meine? Ja. Um deine Emotionen jetzt runter zu coolen, so. Macht ja keinen Sinn. So, verstehst du? Aber langfristig gesehen würdest du sagen, okay, schon mal, ich warte kurz. Was passiert jetzt? Nichts passiert? Nein. Okay, jetzt kann ich runterkommen. Dann kann ich vielleicht einen Backflip machen. Weißt du, was ich meine? Dieses Beispiel ist so dumm eigentlich, aber egal. Du hast mich auch gefragt, was in den letzten zwei Monaten passiert ist. Genau, ich wollte noch ganz kurz zum Schluss kommen, was das betrifft. Du darfst halt nicht emotional handeln und was das Wichtigste in dieser Sache ist, immer sehr geduldig zu sein und vieles, also du musst mal viel lesen. Was kann dir aus demnächst passieren? Was kann demnächst passieren? Und du kannst sogar ChatGPT als Hilfe benutzen. Das mache ich zum Beispiel aktuell auch. Ich benutze das als Hilfe, damit ich immer weiß, okay, wo kann man investieren? Welche Firmen haben wir jetzt überhaupt eine Chance, demnächst viral zu gehen? Es gibt sogar, und da erinnerst du mich gerade dran. Ich weiß nicht, wer das mir mal gezeigt hat. Ich glaube, ein Verwandter von mir, es gibt mit Chat, also nicht Large Language Models, aber so analytische Modelle. Zum Beispiel ChatGPT ist zum Beispiel ein Language Model, ein Sprachmodell. Wie du, das ist trainiert auf Informationen, die es irgendwo im Internet hat und so dies und das und dann ohne Ende Informationen reingepumpt und dann hast du eine KI, die auf den Sprachgebrauch sehr personalisiert ist. Ja. Aber es gibt KIs, die funktionieren ganz anders. Die sind mit anderen Daten vollgepumpt, wie zum Beispiel alles, was über Aktien irgendwie mit zu tun hat oder mit Bitcoin oder mit Ethereum. Gibt es auch darüber? Ja, extra KIs, die nur darauf so programmiert wurden mäßig, also ein trainiertes Modell. Das heißt, und ich wette, es gibt schon viele Leute, die das machen. Das heißt, es dauert nicht mehr lange, bis die meisten Leute einfach darauf überspringen, sich zu sagen, okay, ich hole mir nicht mehr die Informationen, sondern ich pumpe einfach alles in mein KI-Modell, was gerade passiert und du predictest mir in den nächsten zwei Monaten, wie der Kurs ist. Und ich wette, er wird Fehler machen, macht wahrscheinlich schon noch gerade viele Fehler, aber es wird eine Zeit kommen, wo das so akkurat ist, dass du dich komplett darauf verlassen kannst, dass du sagen kannst, ich lasse mein Geld drin, hier ist mein Buy-in, hier ist mein Stop, wo ich sage, okay, da will ich nicht mehr kaufen oder hier will ich verkaufen. Lass dein Geld drin und dann macht er das einfach im Hintergrund. Da hast du so eine Geldkaufmaschine in der Wirtschaft. Das kann stimmen, aber was ich dazu sagen muss ist, man kann natürlich prädikten, also vorausschauend sagen, okay, in einem Jahr kann das passieren. Ja, aber das funktioniert auch nicht. Aber man kann nie, das hat Finanzfluss auch gesagt und er ist richtig drin in der Materie, er meinte, keiner, wirklich niemand weiß, wie morgen diese Aktie stehen wird, wie der Wert dieser Aktie ist morgen. Das stimmt, das ist halt nun mal alles Wahrscheinlichkeit. Das ist das Ding. Das kann man nicht berechnen, das muss einfach gucken. Ja. Muss einfach dementsprechend handeln. Wahrscheinlichkeit, aber guck mal, rein theoretisch, alles in deinem Leben ist eine Wahrscheinlichkeit. Dass du jetzt noch den nächsten Atemzug machst, auch eine Wahrscheinlichkeit. Ja. Verstehst du? Und viele Leute sagen halt, okay, muss ja aber nicht passieren. Digga, es ist genau dieses Beispiel, was ich dir mal gesagt habe. Wenn du ein Pferd, sagen wir jetzt, und du wirst gleich verstehen, warum ich ein Pferd sage. Wenn du ein Pferd, und ich glaube, das Beispiel hat Alex Formosi auch schon mal gebracht. Wenn du ein Pferd aushungerst, zwei Wochen, nichts zu essen gibt, vielleicht nur ein kleines bisschen zu trinken, gerade das Pferd noch so am Leben lässt, dass es noch funktioniert. Du verletzt das Pferd, du nimmst das Pferd richtig auseinander, du haust es kaputt. Dann stellst du ein richtig saftiges Buffet von dem Lieblingsessen von dem Pferd dahin. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Pferd essen wird? Ja, 100%. Fast 100%. Es kann auch sein, dass es nicht ist. Aber wer würde sich da hinstellen und sagen, das Pferd wird nicht essen? Wer würde sein Geld darauf wetten? Niemand. Und genauso ist es ja auch mit Aktien und so. Es gibt einige Sachen, also okay, Aktien jetzt nicht unbedingt in dem Moment, es ist ja dann, du bist so ein krasser Typ in der Wirtschaft, dass du wirklich alles weißt, wofür es auch Aktien und Gesellschaften gibt und nicht mal die wissen alles. Verstehst du? Und, aber das wollte ich sagen mit der Wahrscheinlichkeit. Das ist halt alles Wahrscheinlichkeit. Die Frage ist nur, wie krass kannst du eine Wahrscheinlichkeit so krass ans Limit pumpen, dass du sagst, okay, es ist so fast unmöglich. Ja. Und guck mal, und da, jetzt gehe ich einen richtig großen Sprung machen. Weil, wenn wir noch weiter gucken, dann ist ja auch die Existenzgeschichte von uns Menschen nicht mehr als so eine Wahrscheinlichkeit, die viele Leute, wo sich trotzdem Leute auf diese 0,00001% stellen und sagen, okay, ist alles aus Zufall entstanden. Alles sehr genau. Verstehst du? Von alleine her. Guck mal, wie krass. Leute glauben, Leute glauben daran, wenn da Wahrscheinlichkeit von 90,999% steht, dass etwas zu 100% diesen Ursprung hat. Aber wenn es darum geht, uns Menschen zu ergründen, wie Sachen funktionieren, wie diese Welt entstanden ist, sagen sich Menschen, nee, diese 0,00001%, das muss stimmen. Weil das für sie leichter ist zu glauben. Weil das leichter ist zu glauben und zu verstehen. Das ist das Ding. Etwas, was sie nicht erklären können oder was sie nicht verstehen, ist für sie unglaubwürdig. Ja, aber jetzt zurück, ein bisschen persönlicher werden, Ladies and Gentlemen, zu mir. Was habe ich die letzten zwei Monate gemacht? Was ist mit dem Kopf alles passiert? Einiges. Sehr, sehr vieles tatsächlich, wie immer. Wie viele wahrscheinlich auch aus diesem Podcast jetzt schon in den letzten 15 Minuten oder 10 Minuten, keine Ahnung, wie lange das schon geht, sich herausdenken können. Ich denke viel nach. Ich denke sehr viel nach. Und auch in den letzten zwei Monaten habe ich so ein kleines bisschen gechillt und viel gestreamt. Das gemacht, was ich liebe zu tun. Ich habe auch eine Zeit lang viel gezockt. Aber jetzt komme ich auch so langsam wieder ein kleines bisschen davon weg. Aber nicht mal so unbedingt, weil ich sage, okay, oh mein Gott, Zocken ist so schlimm und so dies und das. So ein kleines bisschen meine Denkweise zu dem, was ich später einmal machen will, hat sich ein bisschen getwistet. Aber ich bin auch, ich komme langsam aber sicher auf so Nenner. Und egal, wie sehr ich darüber nachdenke und egal, wie sehr ich über die vergangenen Jahre und Monate und Zeiten nachdenke, alles läuft immer wieder auf einen Punkt zurück. Ich will, und das ist so das schwierigste Konzept für mich zu verstehen, ich will das machen, was ich liebe zu tun, wann auch immer ich es liebe zu tun. Aber das ist sehr schwer hinzubekommen, zu jeder Zeit. Das heißt, drei Bedingungen. Erstens, ich brauche Geld. Viel Geld. Weil mit Geld kannst du dir Zeit kaufen. Zeit kaufen? Ja, also nicht Zeit zurückdrehenmäßig. Zeit sparen so mäßig, ne? Ja, also du kaufst dir Zeit mäßig. Wenn du zum Beispiel eine Firma hast, Adagant, und du weißt aber, du kannst für 2000 Euro im Monat jemanden einstellen, dass er alles für dich macht, hast du Zeit gekauft. Ach so, so. Das ist so. Also du kannst nicht Zeit kaufen im Sinne von, du lebst länger. Ja, ist ja Zeit sparen damit. Du sparst damit deine Zeit. Ja, genau so. Aber die Zeit benutzt du ja wieder. Deswegen sage ich lieber Zeit kaufen. Okay, okay. Du kaufst dir damit Zeit. Äh, du brauchst Geld. Für dieses Geld muss ich aber motiviert genug bleiben, dieses Geld zu verdienen. Das heißt, ich muss etwas finden, zu machen, was ich schon gut kann, wo ich meinen Nutzen vielleicht fürs Erste bei jemand anderem oder für mich selbst einsetzen kann und was mir Spaß macht. Das heißt, das sind so die letzten zwei Monate gewesen, wo ich mir so ein bisschen seit unserem letzten Podcast Gedanken darüber gemacht habe. Guck mal, ich habe auch sehr in dem Irrglauben gelebt, dass wenn ich einfach nur das mache, was ich liebe zu tun und so richtig viel Energie und so alles reinstecke, dass das schon funktioniert und dann Geld kommt und so dies und das. Aber ist nun mal leider nicht so. Und da habe ich so in den letzten zwei bis vier Monaten wirklich so eine kleine Klatsche ins Gesicht bekommen, dass Sachen sehr oft nicht so funktionieren, wie du einfach denkst, dass sie funktionieren können. Glaubst du, du hast da zu hoch gepokert oder zu viel geträumt? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auf jeden Fall sagen, und guck mal, es ist natürlich gut, wenn man träumt, wenn man große Ziele hat, wenn man sagt, okay, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt. Es ist gut. Aber diese Träume sind manchmal entstehen aus einem so surrealen Wunschdenken, dass du dir selbst probierst, Sachen gerade zu reden, die jetzt aber einfach nicht funktionieren. Ja. Verstehst du? Weil man das eigentlich auch, man hat immer das Gefühl oder diesen ständigen Druck, etwas sofort leisten zu müssen. Ja, genau. Du würdest es sofort irgendwie so auf die Beine bringen und nicht alles klappt sofort. Voll vieles braucht seine Zeit. Ja. Über die Zeit baust du es viel stabiler auf, als wenn du es auf Schnelle machst. Und dann bist du noch sehr wackelig, du hast zu wenig Informationen in der Zeit gesammelt und sonst was. Genau. Und du denkst, ey, hätte ich mal noch gelesen oder geguckt, dann hätte ich diesen Fehler jetzt gar nicht gemacht und jetzt musst du wieder von neu starten. Und das wiederum lässt dich noch langsamer vorangehen als das Erste. Und dieses ganze Hin und Her hat so viel Energie und Zeit von mir geraubt, dass ich irgendwann so, wie gesagt, gesagt habe, okay, ich mache jetzt einfach das, was ich liebe zu tun. Und dann habe ich aber dafür die Schelle dafür bekommen. So ein kleiner Realitäts-Check, weißt du? Und guck mal, wie krass. Wir haben doch vorhin darüber geredet mit dem emotional, dass du nicht immer emotional handeln sollst, sondern lieber ein bisschen nachdenken. Genau dann habe ich es nicht gemacht. Da hast du es kontrolliert. Nein, da habe ich emotional, also nee, ich habe mich versprochen gerade. Ja, okay. Ich habe in dem Moment genau das gemacht, was ich gerade gesagt habe, was du niemals tun solltest. Ich habe viel zu emotional gehandelt. Ich habe viel zu sehr nicht meine Karten mehr angeguckt, die ich hatte, bevor ich sie gespielt habe, sondern ich habe einfach das gespielt, wo ich gesagt habe, okay, zum Beispiel Uno, du hast sie rot, hat es einfach rot hingelegt. Obwohl jetzt gerade die gelbe drei besser gewesen wäre, weißt du? Es ist einfach wirklich viel passiert in den letzten zwei bis drei Monaten in meinem Kopf. Ich habe eine Frage dazu, was hast du danach gemacht? Hast du dasselbe dann wieder gestartet, was du machen willst oder hast du dir was anderes überlegt? Nein, nein, guck mal. Ich habe, und das ist ein sehr krasses, das ist ein sehr guter roter Faden für die Leute, die jetzt anfangen zu merken, okay, Self-Improvement, es kommen Phasen, wo Self-Improvement einfach keinen Spaß, keine Lust mehr macht und keinen Bock und du wieder zurückfällst und dann noch weiter zurückfällst und noch weiter zurückfällst. Schau dir an, was du gemacht hast, als es geklappt hat. Die Grundlagen. Was hast du gemacht? Was war diese absolute Grundlage, auf die du immer wieder zurückgekommen bist, weil jeder Erfolg hat irgendwo seinen Ursprung und seine Grundlage und seine Routine. Schau auf diese Routinen, diesen Ursprung und diese Grundlage zurück. Was hast du gemacht, als es geklappt hat? Und wir alle haben so Phasen, wo mein Leben einfach alles geklappt hat plötzlich. Einfach mein Geld war okay, mein Sport war okay, mein Essen war gut und so dies und das. Was hast du zu dem Moment gemacht? Was war es vielleicht, was du nicht gemacht hast in dem Moment, was dafür gesorgt hat, dass du das machen konntest? Darauf zurückschauen und das ist bei mir jetzt gerade so ein bisschen, ich habe simpel angefangen. Weil guck mal, als ich angefangen habe mit Social Media zum Beispiel, Digga, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, dass ich jetzt YouTube machen muss. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, dass ich jetzt nebenbei streamen muss und dann Geld verdienen muss und dann dies und das. Lichter und alles, dies und das. Alles war egal. Diese ganzen Gedanken, die kamen mit der Zeit, weil ich immer besser wurde. Aber ich habe mich so sehr darin gesteigert, dass das auf einmal so die Energie geraubt hat, irgendetwas zu tun, weil ich dann immer mehr nachgedacht habe. Aber Nachdenken raubt dir so viel Energie, wenn du merkst, du denkst nur nach, aber machst nichts. Das ist hundertmal schlimmer, als zu machen, aber nicht nachzudenken. Deswegen komme ich auch immer zu dem Entschluss, dass lange Nachdenken einen wirklich nur traurig macht. Ja! Und das sind immer nur seine Nachteile. Ja! Du musst wirklich, wenn du überlegst, wissen, okay, ab wann werde ich traurig immer? Weil es gibt Leute, die haben so eine gewisse Zeitspanne, die werden einfach zu einem, keine Ahnung, in fünf Minuten, wenn sie fünf Minuten lang so überlegen, sie werden irgendwann einfach traurig. Aber das kann man schwer einschätzen, das ist immer individuell, pro Person, also zur Person anders. Und du musst einfach wissen, wann Stopp ist. Du selbst kennst dich am besten und denk einfach nicht zu lange über etwas nach. Die Sache ist, wir haben zum Beispiel eine Liste, du musst zehn Dinge tun. Wir denken nach, okay, erster Schritt so, zweiter Schritt dann so, dritter Schritt mache ich dann so. Du überlegst schon, wie du alle zehn Schritte machst. Bro, überleg doch erstmal, wie du den ersten Schritt richtig machst. Geh doch erstmal diesen ersten Schritt, mach den und dann geh rüber zu zwei. Da musst du über den ersten gar nicht mehr nachdenken. Und guck mal, genau das habe ich nicht gemacht in den letzten paar Monaten. Du wolltest alles auf einmal. Ich habe mir alles durchgedacht, wirklich. Ich dachte mir, eine Zeit lang, guck mal, wie dumm. Das war wirklich dumm. Ich habe mich hingesetzt, ich dachte mir, okay, warte mal, wenn ich YouTube-Videos mache, muss ich doch aber in Zukunft auch weiterhin diese Videos machen und dann diese Videos machen und dann bleibe ich aber. Und dann denken die Leute, okay, wenn ich andere Videos machen will, dass diese Videos vielleicht scheiße sind und dann verliere ich wieder Viewer und so dies und das. Aber ich habe nie einmal auf Upload gedrückt. Ja, guck mal, was für Gedanken kommen, bevor ich einmal auf diesen beschissenen Upload-Button gedrückt habe. Das hat dich schon so demotiviert, dass du einfach das nicht gemacht hast. Genau, dieser Gedanke an diese Zukunft hat mich so demotiviert, dass ich nicht mal das erste Video gedreht habe. Und ich habe dir ja eben so ein kleines Intro für den, also ich habe Atakan gerade im Hintergrund, davon wisst ihr jetzt nichts und das seht ihr auch gerade nicht, ein Intro für ein neues YouTube-Video gezeigt, was ich einfach just for fun ausgenommen habe. Also wirklich, es war einfach nur, das war genau das, was ich die letzten drei bis vier Monate hätte machen müssen. Und du hast es jetzt einfach gemacht. Und ich habe es einfach gemacht. Ich habe einfach, einfach, wirklich. Ich habe mir nicht mal ein gutes Skript aufgeschrieben, nichts. Ich habe mich einfach hingesetzt. Ich meinte mir immer wieder, etwas ist mehr als nichts. Etwas ist mehr als nichts. Etwas ist mehr als nichts. Und ich bin sehr glücklich darüber, jetzt aus dieser Phase rausgekommen zu sein, also so gut es geht. Inschallah bleibt das. Inschallah, dieses Overthinking, dass du immer wieder an Sachen hundertmal durchdenkst, bevor du sie machst. Und jetzt immer mehr in diesen Weg komme, okay, mach einfach. Mach einfach. Mach einfach. Das kommt auch sehr oft von Überkonsum. Wenn du viel zu viel konsumierst, wenn du zum Beispiel viel zu viel liest, das war bei mir, und guck mal, das ist wirklich so ein Problem geworden irgendwann. Du weißt, wie gerne ich Bücher lese. Du weißt das. Aber ich habe in den letzten paar Monaten keine Bücher mehr gelesen, weil es Überkonsum war. Weil ich diese Info hatte und in meinem, guck mal, wie verrückt. Ich habe Bücher gelesen mit dem Gedanken, Digga, ich werde doch jetzt sowieso nichts umsetzen können. Ich habe genug zu tun. Guck mal, wie dumm. Da hast du schon abgeschlossen. Und da habe ich schon in meinem Kopf schon so, okay, wir brauchen gar nicht drüber nachdenken. Dieses Überkonsum kann man auf alles beziehen. Auch gesunde Dinge sind, wenn du sie zu oft machst, können sie dir auch schaden. Du musst immer bei allem einen gesunden Maß haben. Moderation. Sei es TikTok scrollen oder Bücher lesen. Bücher lesen würde jeder sagen, das ist das Gesundeste, das Beste, keine Strahlung, nichts. Aber selbst das, wenn du zu viel machst, ist es zu viel. Das kann dir irgendwann schaden. Jeder hat seinen anderen Nutzen. Also jede Sache schadet dir anders. Irgendjemand hat es mal gesagt, es gibt ein Sprichwort auf Englisch, es heißt Moderation in all things. Du musst ein Medium in allem sein. Genau. Also mach von allem so die Mitte. Mach nicht zu viel davon, mach nicht zu viel davon, mach nicht zu viel davon. Auch von den Dingen, wo du wirklich Spaß hast. Auch da musst du die Grenze kennen und sagen, okay, irgendwann reichst. Ja. Weil man sagt dir, hör immer dann auf, wo es am besten ist. Sondern, also übertreib es nicht, mach nicht zu viel. Ja. Weil dann kann es sein, dass du auf einen Schlag die Lust komplett verlierst und dann die nächsten Tage gar keine Lust mehr hast, diese Sache zu machen. Deswegen bleib dabei, nimm diesen Spaß mit, geh schlafen und dann fang neu an. Dann hast du vielleicht wieder Lust. Statt diesen ganzen Spaß an diesem einen Tag zu robben, weil du denkst, oh, jetzt kann ich noch mehr Spaß haben, noch mehr Dopamin ausstoßen und sonst was. Und zum Thema Dopaminausstoß möchte ich unbedingt was sagen, bevor ich es vergesse. Das ist mir heute während dem Joggen eingefallen. Ja. Und ich wollte das unbedingt erwähnen. Wann belohnst du dich? Wie? Wann belohnst du dich selbst? Also wann verdient jemand eine Belohnung? Das ist sehr grob gesagt. Ich würde sagen, wenn jemand etwas schafft, was entweder andere oder er selbst von ihm erwartet. Wenn jemand etwas schafft, wenn du was geleistet hast, dann verdienst du doch meistens eine Belohnung. Ob du dich selbst belohnst oder nichts. Ja. Ob du jemand anderes was schenkt oder ob du dich selbst belohnst, indem du Dopaminausstoß. Ja. Und so ist das überall im ganzen Leben. Dein Körper belohnt dich immer dann, wenn er Dopaminausstoß. Sagen wir mal, heute, bestes Beispiel. Ich war demotiviert. Ich hatte gar keine Lust auf nichts. Ich bin einfach joggen gegangen. Joggen gegangen. Ich habe ja deine Story gesehen, ja. Ja. Ich bin gelaufen und immer nach dem Joggen habe ich so einen starken Dopaminausstoß, dass ich auf alles Lust habe in meinem Leben. Ich will alles machen. Ich bin übermotiviert. Ich habe mich schlecht ernährt. Ich habe TikTok und Instagram zu viel konsumiert. Ich lag viel im Bett. Ich hatte gar keine Lust auf nichts. Ich habe mich um nichts gekümmert. Wirklich. Ich bin joggen gegangen. Ich hatte Lust, mich wieder gesund zu ernähren. Ich hatte keine Lust mehr zu liegen. Ich habe mir gedacht, ich habe darüber nachgedacht, wie ich meinen Tag produktiv gestalten kann. Und das alles nur wegen dem Joggen. Weil du joggen gegangen bist. Und weil dieses, weil das Joggen so viel Dopamin ausgestoßen hat und das kann man auf alles beziehen. Auf alle Sportarten oder auf andere Dinge, Kochen oder sonst was. habe ich vor, mehr Dinge auf einmal zu machen. Das ist das Krasse. Warte, das ist der Schlüssel. Das ist wirklich dieser eine Schlüssel, der dir die Türen öffnet zu allen anderen Dingen. Weißt du, warum das passiert? Ja. Dieses Dopamin, was du gerade so beschreibst. Ich würde weniger sagen, das ist Dopamin. Aber okay, doch, eigentlich schon ist es Dopamin. Weil es ist dieses Belohnungshormon, was in deinem Körper sagt, du hast jetzt wirklich was geschafft. Du hast was geschafft. Du hast was geschafft. Und dieses Etwas schaffen ist so ein schönes Gefühl für dich als Mensch, dass du es immer wieder haben willst. Das ist dein Tank. Das ist dein Benzin. Guck mal, aber wie krass. Wenn du dir dieses Dopamin holst, aber wenn du Videos scrollst, ist dir diese Bemühung, deinen Daumen zu bewegen, nicht schwer. Ja, das heißt, du hast ein viel zu ungesundes Verhältnis oder Maß an Anstrengung im Vergleich zur Belohnung. Deine Belohnung ist viel zu hoch, dafür so wenig Anstrengung. Das heißt, du wirst in Zukunft immer mehr weniger dich anstrengen wollen und immer mehr verlangen. Daher kommt auch dieses überdimensionale Problem, was wir heutzutage haben, dass Leute einfach kein Gefühl mehr dafür haben, was es heißt, wirklich anstrengend zu arbeiten für einen dafür überdimensionalen Dopamin-Kick. Ein ganz einfaches, simples Beispiel. Du hast das schon sehr, sehr gut erklärt, was das betrifft. Dein Körper gewöhnt sich nur noch daran, wenig zu arbeiten, aber mehr Belohnung zu machen. Genau. Und wenn dein Körper das hat, hast du auch keine Lust, andere Dinge zu machen, wie sich gesund zu ernähren oder deinen Tag produktiv zu gestalten, weil das alles viel zu anstrengend ist. Ja. Dieser Dopamin-Ausstoß, den du durch dieses Scrollen hast, ist sehr gering. Leute, die die Welt kontrollieren, erfinden doch sowas wie Meta-Plattforms, Instagram, TikTok und sonst was. Die Menschen, die viel Macht haben. Diese Menschen wollen keine produktiven Menschen wie dich haben. Ja, warum auch? Die Einzelgänger sind, die sich was selbst aufbauen oder sonst was. Sie möchten einfach nur NPCs haben, die einfach das tun, was man ihnen sagt. Konsumenten. Die dorthin gehen und einfach acht Stunden arbeiten, zurückkommen und dasselbe machen. Schlafen gehen, arbeiten, schlafen, arbeiten zwei Tage die Woche frei und am Montag fängst du wieder schön an und arbeitest. Das wollen die Menschen haben. Und deswegen musst du wirklich aus diesem Hamsterrad raus, obwohl es sehr schwer ist. Keiner sagt dir, es ist einfach. Du musst dort rausgehen und dir dein Dopamin irgendwie selbst verschaffen, indem du andere Dinge machst, wie Sport, wie, keine Ahnung, wie Informationen über andere Dinge. Zum Beispiel Aktien, ein Geschäft aufbauen oder sonst was. Mach irgendwas, was dich weiterbringt. Jemand werden einfach. Du musst, genau, werde jemand. Du musst jemand werden. Du musst aufhören. Und guck mal, das ist das Coole daran. Wenn du dich langsam aber sicher daran gewöhnst. Und jetzt kleiner Throwback von vor vier Wochen. Ich habe vor viereinhalb Wochen ungefähr angefangen, mich ketogen zu ernähren. Viereinhalb Wochen jetzt schon, ne? Ja, jetzt sind fast fünf Wochen. Ich glaube, ich habe am, da ist Kalender, ich habe am 27. August angefangen, genau. Und heute ist der dritte Oktober. Das heißt, das sind so vier bis fünf Wochen, genau so, ist die Mitte. Und ich bin ja verletzt. Im letzten Podcast habe ich ja viel darüber geredet, mit meinem Rücken und Ärzte und dies und das. Da gibt es auch nochmal was Lustiges, was ich gerne gleich erzählen kann. Und ich wollte aber nicht nichts machen. Es hat mich so sauer gemacht, so einen Rückschlag zu bekommen, dass ich gemerkt habe, es muss doch irgendwas geben, was ich machen kann. Ich kann nicht spazieren gehen, weil ich Knieschmerzen hatte, ne sehr lange Zeit. Ich konnte nicht schwimmen gehen, weil ich Schulterschmerzen hatte. Ich konnte nicht laufen gehen, ich konnte keinen Gym machen, weil ich Rückenschmerzen hatte und dies und das. Ich muss doch irgendwas machen können. Irgendwas. Irgendwas. Und dann dachte ich mir, okay, warte mal, ich probiere es mal mal anders. Wenn ich meinen Körper so nicht auf Topformen bringen kann, stelle ich meine Ernährung um. Und ich mache das aber so penibel und so genau, dass ich sage, okay, keine Austage, keine Cheatdays, keine Nichts. Und so habe ich angefangen, mich ketogen zu ernähren. Guck mal, jetzt kommt das Krasse. In den ersten zwei bis drei Wochen war das so schlimm. Es war Hölle. Für mich, es war Katastrophe. Wirklich diese, ich liebe Reis. Ich liebe Burger. Du weißt, wie sehr ich Burger liebe. Burger ist alles für mich. Ich liebe Burger. Also Selbstgemachte. Du machst ja oft selbst. Ja, selbstgemachte. Oder draußen essen. Es ist mir scheiße. Gib mir irgendeinen Burger. Gib mir Burger. Hauptsache ich habe einen Burger. Ich habe dich halt so in Erinnerung, dass du die immer selbst gemacht hast. Ja, das auch. Und die schmecken sogar für mich persönlich besser als draußen. Also guck mal, Real Talk, ich liebe Burger. Und ich musste aber darauf verzichten. Das heißt, ich habe einen so krassen Verzicht von heute auf morgen so radikal durchgezogen, weil ich es wollte. Weil ich keine andere Option mehr gefunden habe darin. Aber ich habe es durchgezogen. Die ersten zwei Wochen waren absolute Katastrophe. Mit der dritten Woche habe ich mich so langsam daran gewöhnt. Natürlich habe ich, ich würde sogar sagen, bis heute habe ich immer noch das gleiche Verlangen auf Burger wie beim ersten Tag. Aber, aber, und das ist das Krasse, obwohl ich dieses Verlangen habe, hat sich in mir etwas aufgebaut, was sich Erziehung nennt. Und das ist so, ich habe das mal in einem Vortrag gehört, das ist so Nefs zum Beispiel, wenn du deine Nefs erziehst. Und Nefs, für die, die nicht wissen, was es bedeutet, ist so dein Schweinehund. Dein Schweinehund. Dein Ego. Dein Ego, keine Ahnung. Ja, ja. Nefs hat so einen eigenständigen Begriff. Ja. Alle, die nicht wissen, was es ist, benutzt ab jetzt einfach immer Nefs. Einfach deine Bedürfnisse kontrollieren. Deine Bedürfnisse, genau, Bedürfnisse. Du hast so einen Mensch in dir, der manchmal diese Intrusive Thoughts zum Beispiel, wenn du jemanden beleidigen willst, einfach von direkt, ohne Übernachtstehen. Ich würde den sogar den Konsument nennen. Ja, ja, ja. Der einfach alles nach seiner Laune nimmt. Er will einfach alles nach Lust und Laune. Genau, Konsument ist gut. Nefs, der Konsument, Punkt. Bald kommt ein Film raus. In mir hat sich etwas aufgebaut, was diesen Nefs in Ketten gelegt hat. Dass er nicht mehr einfach, sobald irgendwie dieses Emotionale kommt, dass du einfach was machen willst jetzt gerade, weil du Lust drauf hast, ich einfach dem nachgehe, sondern vielleicht ein paar Minuten kurz darüber nachdenke, sitze, Ruhe in Person bin und dann meine Entscheidung erst treffe. Und guck mal, wie krass das zusammenhängt. Ich habe mit diesem einen Verzicht angefangen. Und jetzt, und jetzt soll mir mal einer sagen, dass solche Sachen in deinem Leben hängen nicht miteinander zusammen. Ich habe damit angefangen und auf einmal hatte ich mehr Lust, mehr zu machen für meine Karriere, für meinen Instagram, für meinen YouTube. Das ist das, dieser Dopaminausschuss, du zusammenbekommen hast. Genau, für meinen TikTok, für meinen YouTube, für meinen TikTok, für meinen Podcast. Guck mal, das ist gerade der Beweis dafür. Ich habe schon angeschrieben, ich habe gesagt, Junge, lass jetzt endlich wieder Podcast drehen und so alles. Guck mal, wie krass das miteinander zusammenhängt. Manchmal ist nicht, manchmal ist nicht, und viele Menschen vergessen das, manchmal ist nicht das Ziel, das Ziel. Manchmal ist nicht das große, das große Ziel, was du so siehst, dass du irgendwann mal einen schönen Körper hast, dass du irgendwann mal der Klügste bist, dass du irgendwann mal das meiste Geld hast, das Ziel, sondern der Mensch, der du auf dem Weg dahin wirst, die Lektion, die du dir selbst beibringst, der Verzicht, der kommt, weil du dich gezwungen hast, an einem Tag damit anzufangen, diesen Schritt zu gehen. Ich habe vielleicht am Anfang nicht auf wirklich viel verzichtet und niemand hätte mich darauf vorbereiten können, jetzt immer noch so viel Lust darauf, Burger zu haben, weißt du? Wenn ich heute gewusst hätte, ich habe immer noch nach acht Wochen Bock auf Burger, Digga, ich hätte von Anfang an keinen Bock. Aber ich habe mir selbst eingeredet immer wieder, okay, vielleicht wird es leichter, wird es leichter, wird es leichter. Also habe ich mir gesagt, egal, komm, einen Tag machen wir noch. Einen Tag machen wir noch. Weil fünf Wochen, wenn du es hörst, ist schwer. Aber wenn du dir sagst, morgen mache ich es noch. Nur morgen. Was danach passiert, ist mir erstmal scheißegal. Nur morgen esse ich noch ketogen. Nur morgen gehe ich noch einmal ins Gym. Nur morgen mache ich diesen einen Schritt, den ich normalerweise vielleicht nicht machen würde. Nur morgen. Denk nicht an übermorgen. Denk nicht an den Tag darauf. Denk nicht an die nächsten drei, vier Wochen oder an 15 Jahre. Digga, warum sollst du... Immer nur diesen einen Schritt. Und hol dir dann auch dein Glück dafür. Sei stolz auf dich. Belohn dich dafür. Jetzt solltest du jetzt nicht, okay, wenn du ketogen bist, dann wirklich Burger essen gehen, ist was anderes. Ja, das ist ja eine andere Art von Belohnen kannst du ja auch. Du stößt ja dadurch Dopamin aus. Genau. Aber guck mal, da ist auch das Wichtige, was man immer noch beachten muss, dieses Moderation in all things. Du solltest jetzt nicht das für fünf Jahre durchziehen, weil du immer wieder gesagt hast, morgen, 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 morgen. Und du bist irgendwann so ein Psychopath, nicht Soziopath, tut mir leid, falsches Wort, so psychopathisch drauf, dass du jetzt sagst, okay, ich belohne mich nie dafür und so, dies und das. Brach das in ein Leben an. Das ist auch nicht gut. Weil irgendwann wird es aufhören. Irgendwann musst du damit aufhören. Du setzt dir einfach eine Grenze, machst bis zur Mitte, sagst, okay, jetzt ist perfekt. Du machst, du machst, du machst, Hauptsache, du holst dir diese kleine Motivation, die es am Anfang braucht, so ein Nuggets, so ein kleines bisschen. Diese kleine Motivation, die es braucht, nur um den ersten Schritt zu gehen. Such nicht nach dieser riesigen Motivation, wenn du jetzt diesen Podcast hörst oder meine Videos, wie ich schon in die Kamera rede und so dies und das. Such dir nicht die große Motivation, jetzt zu sagen, okay, schrummier jetzt den schönen Körper. Schrummier den jetzt. Nein, sag, okay, ich geh, ich pack jetzt meine Tasche. Fang so an. Fang nicht damit an, dieses riesige, gigantische Ziel, was dich dann im Übermorgen nicht mehr motiviert, im Fokus zu haben, sondern nur dieses Aufstehen, Handy weglegen, zum Sport gehen. Das ist doch der Haken an dieser ganzen Sache. Genau dieser eine Schritt, den du dann machst, wo du deine Tasche packst und ins Gym gehst, dieser Schritt ist der, der dafür sorgt, dir einen guten Körper zu holen. Dann bist du motiviert, auf einmal dich gesund zu ändern und durchzuziehen. Ich höre das von jedem wirklich. Ey, ich habe angefangen mit Sport, ich will jetzt wirklich durchziehen. Er hat angefangen mit dem Sport. Davor hat er das nicht gesagt, dass er wirklich durchziehen will. Guck mal auf der Satzbau, der Satzbau. Er hat nicht gesagt, ich ziehe jetzt durch, ich habe angefangen mit Sport. Er sagt, ich habe jetzt angefangen, jetzt ziehe ich durch. Also er selber, sein Kopf ist schon dabei, ich habe jetzt angefangen. Also das ist der erste Schritt. Ich bin am Anfang und ich werde das jetzt durchziehen. Aber davor hat er nichts gemacht und er hat noch nie gesagt, ich ziehe jetzt direkt durch. Sondern er musste erst mal anfangen. Und das ist der erste Schritt. Fang an. Wenn du Interesse hast an einer Sache, fang an. Wirklich. Geh einfach rein. Das ist der größte Amateur deines Lebens. Wer weiß. Vielleicht steckt in dir das größte Potenzial. Vielleicht bist du die größte Inspiration für andere Menschen irgendwann mal. Und ich sage auch wirklich, ich habe diesen Satz mal gepostet. Ich meinte, wie soll ich es jetzt am besten erklären? Die Menschen, die dich zum Beispiel inspirieren, jemand zu werden, sind vielleicht irgendwann mal diese Menschen, die von dir lernen. Weil du so weit kommst, dass du mit ihnen an der Spitze bist. Wenn nicht sogar, übertriffst du diese Menschen in dieser Sache. Und ich könnte schwören, auch von den Leuten, die gerade diesen Podcast schauen, dass vielleicht der eine oder die andere so ein krasses Talent hat in einer Sache, die sie noch gar nicht kennen. Und nicht mal traut, sich überhaupt in diesem Ort zu bewegen. Und das Problem ist, wenn du diesen einen Schritt nicht gehst, wirst du niemals erfahren, ob du dieses Talent wirklich hast. Du wirst es nicht wissen. Aber wenn du diesen einen Schritt gehst, lass mich hier jetzt nicht schwören an diesem Tisch. Lass mich jetzt hier nicht schwören. Vielleicht entdeckst du so ein Potenzial in einer Sache in dir, dass du milliardenschwer, millionenschwer wirst, dass du so viele Menschen erreichst, so viel Gutes auf dieser Erde mitbringst oder andere Dinge, egal was, in welche Richtung das geht. Ich hoffe natürlich nur, dass es positiv endet. Mach was. Fang einfach an. Geht. Macht. Ich bin wirklich. Guck mal, ich bin jetzt gerade. Ich will noch was zu dir sagen. Zu dir. Okay. Du hattest Höhen und du hattest Tiefen. Du hast aus beiden Perspektiven gesprochen. Du hast gesagt, wie es mal war, als es dir gut ging, als alles lief. Und jetzt bist du in deinem Tiefpunkt gewesen, wegen deinen Verletzungen, dass du nicht mehr produktiv wurdest. Du hast ja immer über diese Sache geredet. Jetzt kommst du ja langsam wieder raus aus dieser Phase. Deswegen kannst du auch am besten über diese Sachen reden und deswegen sollten auch Menschen von dir lernen. Deswegen will ich hier auch, dass Leute das so ernst nehmen, wie ich es gerade sage, weil ich es auch ernst meine. Ich rede hier nicht einfach nur dieses Wunschdenken, weil ich sage, okay, guck mal, das ist einfach dieser Influencer, der im Internet sitzt und dies und das. Digga, ich habe keine 25.000 Euro auf dem Konto. Ich habe nicht mal, weiß ich was, ich habe nicht mal ein Auto. Weißt du, was ich meine? Es ist das, was im Kopf ist. Genau. Es ist nicht so, dass ich hier sitze aus einer Perspektive und ihr sagen könnt, ihr dürft das nicht sagen, sagen könnt, okay, er redet doch nur so, weil er so und so ist. Ich gehe auch jetzt mittlerweile wieder arbeiten. Ich baue mir auch Sachen nebenbei auf. Aber ich weiß ganz genau, ich weiß ganz genau und das ist das Wichtige, warum ihr mir unbedingt zuhören solltet jetzt in dieser Sache. Es hat bei mir mal funktioniert. Nur weil es jetzt nicht funktioniert hat, heißt es nicht, dass es irgendwann nicht mehr funktionieren wird. Und du hast ja jetzt die Fehler gesehen. Was waren deine Fehler? Und du hast auch gesehen, was hat dich eigentlich weitergebracht? Und guck mal, ich habe jetzt daraus gelernt, wie ich vorher in meinem Leben immer daraus gelernt habe. Das heißt, wenn ich jetzt den nächsten Schritt gehe, wer weiß, vielleicht fliege ich nochmal auf die Schnauze. Wenn ich den übernächsten Schritt gehe, fliege ich nochmal auf die Schnauze. Aber guck mal, wir haben gerade daraus gelernt, ich will nicht immer so weit denken. Ich will einfach auf die Schnauze fliegen und dann weiter gucken. Du schaust immer einen Schritt nachher aus. Genau, aber irgendwann, irgendwann, und das ist so dieses Selbstsichere, was sich mit der Zeit aufbaut, kein Prozent von mir denkt mehr dran, weil ich es schon mal geschafft habe, dass ich es nicht mehr schaffen kann. Kein einziger Zelle in meinem Körper denkt sich gerade. Oder in der letzten, jetzt diese Phase, nachdem ich auch angefangen habe, mich ketogen zu ernähren und so alles, weil ich wieder was durchgezogen habe. Hauptsache, ich habe mal wieder was gehabt. Das hat mir schon sehr gefreut, wenn ich so sein kann. Kein Prozent in meinem Körper, keine Zelle zweifelt daran, dass ich es nicht schaffen kann, wenn ich nicht die Arbeit reinstecke. Aber das ist das Ding. Du musst die Arbeit reinstecken. Du musst diesen Weg gehen. Mach dir einen Namen. Komm, werd jemand. Fang an zu lesen. Fang an zu, fang an. Von mir aus, guck mal. Und das, ich will jetzt nicht mehr so differenzieren. Ich habe das damals immer gemacht, so mit, okay, Motivation und Gaming und so dies und das steht sich so Kopf an Kopf. Stimmt nicht. Wenn du Bock hast zu zocken, zock. Wenn du mit dem Zocken eine Karriere aufbauen willst, mach das. Aber dann hab deine Systeme dafür. Und mach was dafür. Weil alles, guck mal, und das ist so der Irrglaube, in dem viele Menschen leben. Viele Leute denken, und das habe ich oft gesagt, aber ich werde es auch immer wieder sagen, wenn du etwas liebst zu tun, dann wird sich damit schon deine Zukunft aufbauen. So wie ich am Anfang dieses Podcast gesagt habe. Ich wollte einfach das machen, was ich liebe zu tun. Was passiert? Ich habe meine Schelle dafür bekommen. Ich habe wirklich vom Leben einfach eine Schelle dafür bekommen, dass es nicht so ist. Dass auch wenn du liebst, etwas zu tun, aber du dir eine Karriere damit aufbauen willst, alles seine harte Komponente hat, die du überwinden musst. Dass du immer noch Arbeit reinstecken musst. Dass du immer noch mehr machen musst. Nimmst dich einfach auf die lockere Schulter. Nichts auf die lockere Schulter nehmen. Gar nichts. Aber vergiss auch nicht, dich selbst zu belohnen dafür. Das ist ja das, was die meisten, ich sage mal jetzt, reichen Leute auf dieser Erde tun. Sie geben am Anfang so viel Gas, sie strengen sich so sehr an. Wir sehen das aber nicht. So sehr an, wir sehen dann nur noch diesen Erfolg. Wie sie dort stehen und entspannt sind. Er hat leicht reden, er kann von oben reden und so. Du weißt doch gar nicht, was er durchgemacht hat. Du weißt doch gar nicht, wie viele Nächte er vielleicht zu Hause war, geweint hat und alles versucht hat, wieder von neu anzufangen. Vielleicht war er so kurz vor seinem Ziel, hat wieder verkackt und hat nach zwei Jahren wieder alles aufgebaut und wir wissen nicht, wie viele schlaflose Nächte da drin waren. Erwartet nicht, wirklich, erwartet nicht, dass wenn ihr etwas Großartiges auf die Beine stellen wollt, dass euch auch jeder Mensch darin unterstützt oder jeder Mensch in dieser Sache so seht, wie ihr euch gerade seht oder das Potenzial darin. Weil Einzigartigkeit in seiner Definition bedeutet, dass du einer von vielen bist. Und einer von vielen zu sein bedeutet, dass wenn hundert Menschen dich hassen dafür oder deine Idee hassen, bist du die eine Person, die sagt, ich liebe diese Idee. Das ist die Definition von Einzigartigkeit. Das heißt, einzigartig zu sein. Nicht jeder ist Millionär. Kennst du jetzt jemanden in deinem Freundeskreis, den du jetzt anrufen kannst, wissen würdest, okay, würde ich mir 50.000 einfach aufs Konto überweisen, weil er so viel hat? Niemals. Aber es gibt diese Menschen und diese Menschen sind so selten, weil sie von der Einzigartigkeit sogar noch die Einzigartigkeit sind. Weil sie etwas gesehen haben und etwas geglaubt haben. Sie hatten eine Vision. Genau, was niemand anderes bis jetzt glaubt. Und Digga, gerade diese deutsche Community im Internet, ich hasse das so sehr, wie Leute sich haten. Ich hasse das so sehr. Du musst nur einmal Kommentare aufmachen. Und ich wette mit euch, wenn ihr von diesem Podcast, diese Szene jetzt, werde ich nicht auf meinem Instagram teilen. Aber jeder, der diesen Podcast hört und bis hierhin zugehört hat, wird verstehen, was ich jetzt sage und wird mich auch 100% nachvollziehen können. Okay. Ich werde einige Szenen von diesem Podcast, ich weiß das, inshallah, auf meinen Instagram hochladen. Einige Szenen. Guckt euch mal die Kommentare an. Haben wir in diesem Podcast irgendjemanden kritisiert? Haben wir irgendjemanden beleidigt? Haben wir irgendjemanden fertig gemacht für etwas, was er tut? Nichts. Ich wette mit euch, es wird, es wird, entweder unter meinen TikTok oder meinen Instagram Kommentaren, Kommentare geben, die Sachen anzweifeln, die wir sagen. Ich wette mit dir. Weil so war es bis jetzt immer schon. Diese Leute gibt es auch immer. Und solche, genau das ist das Ding, solche Leute wird es immer geben. Aber ich und du sind nur zwei Menschen. Wir sitzen hier, wir sind nur zwei Menschen. Die Leute, die uns zuhören, gerade sind nur ein paar hundert, vielleicht tausend. Vielleicht zehntausend, sollen hunderttausend sein. Schon. Ist das die ganze Welt? Nein, aber die ganze Welt wird dich in deinen Augen oder wenn du anfängst, etwas umzusetzen, hassen dafür. Das ist so diese Einzigartigkeit. Und ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber das ist diese Einzigartigkeit, die ihr anfangen, verstehen zu müssen. Die ihr anfangen müsst zu verstehen. Dass wirklich das Wort, und ich sage das das letzte Mal jetzt, dass Einzigartigkeit bedeutet, einzig und allein die Person zu sein, die für etwas steht. Einzig und allein diese Person, die den Mut zu haben, diese Person zu sein, wenn die ganze Welt dir sagt, das klappt nicht, also du sagst, doch, es muss klappen. Und es wird klappen. Und dann klappt es. Und dann wirst du keine Einzigartigkeit, dann wird dein Gedanke keine Einzigartigkeit mehr sein, weil jeder an sich glauben wird. Das ist das, was mir eingefallen ist zu dem Thema. Das ist die Person, die sich traut, etwas zu versuchen, die etwas macht. Die anderen Leute haben es ja gar nicht versucht. Und das wollte ich dir unbedingt sagen. Lass mal ganz kurz auf mein Handy schauen, ich habe meine Notiz gemacht, weil das ein bisschen länger ist. Du kannst es ja, diese Zähne kurz rauskatten. Und dann kann er drin bleiben, Ladies and Gentlemen. So. So. Es gibt diejenigen, die sich nicht mal vorstellen können, erfolgreich zu sein. Sie können sich das bildlich nicht vorstellen, sie können das nicht träumen. Und sie versuchen auch dementsprechend gar nichts. So. Dann gibt es diejenigen, die sich das vorstellen können, dass sie erfolgreich sind, sie träumen das. Kennst du das so, vor fünf Sekunden hast du kurz deine Vision in deinem Kopf. Ich kann das auch haben. Die haben das, aber sie versuchen nichts. Dann gibt es noch diejenigen, die sich das auch erträumen und auch hoffen. Und sie machen ein bisschen was dafür. Sie geben 20 Prozent vielleicht so. Nicht die ganze Mühe auf jeden Fall. Wenn klappt, klappt. Wenn nicht klappt, würde ich klappen. Sogar weniger. Dann gibt es diejenigen, die träumen, haben eine Version und sie versuchen. Vision. Eine Vision, genau. Sie haben eine Vision und versuchen. Aber nicht oft genug. Einmal, zweimal aufgegeben. Und dann, und diese Person, müssen wir alle werden. Ich rede auch von mir an dieser Stelle. Sie träumen, haben eine Vision und machen es so lange, bis sie es schaffen. Bis es zur Realität wird. Bis es zur Realität wird. So lange. Diese Arten von Menschen gibt es. Und die Person, die ich euch erwähnt habe, die erste Person, die wollen wir nicht werden. Da musst du rauskommen. Und jetzt stellt euch mal. Weil das wollen die Leute, die uns in diesem Hamsterrad für immer und ewig haben möchten. Und andere Leute auf ihre Seite ziehen wollen. Genau. Und diese Arten von Menschen gibt es auch unter euren Freunden, vielleicht unter eurer Familie, die euch, wenn ihr ganz oben seid, die eine Vision haben und die ganze Zeit machen, die euch runterziehen wollen. Und sagen, komm mal von diesem Trip runter, wirst du sowieso nicht schaffen. Weil sie es sich selbst nicht vorstellen können. Können es nicht. Weil es nicht geht, weil es in ihren Kopf nicht reingeht. Und ich glaube, dass fast alles, was wir gerade gesagt haben, sehr gut zusammen, das Einzige, was dich auffällt, überdimensional weit oben zu stehen, ist der Gedanke daran, wie weit du eigentlich oben stehen kannst. Das ist das Einzige, was dich abhält. Man muss sich das vorstellen können. Das ist der erste Schritt wirklich. Du musst es sehen. Guck mal zum Beispiel, und Arda ist jetzt ein Bombebeispiel. Arda hat sich in New York gesehen, bevor er in New York war. Er hat sich das schon vorgestellt. Ja, er hatte die Vision, er hatte schon so dieses, in seinem Kopf, ich wette mit dir, er saß eines Abends und sagte, boah, wäre schon krass, wenn ich im New York Times Square, wenn ich da so stehen würde, all das sehe und dieses Gefühl hatte. Und als er dann wirklich da war, hat er das bekommen. Weißt du? Aber es hat mit einer Vision angefangen. Es hat mit einer Idee angefangen. Und diese Idee kommt nichts von nichts. Diese Ideen kannst du dir auch holen, ladies and gentlemen. Und ich wette mit dir. Willst du noch aussprechen, oder soll ich sagen? Nee, ich wollte noch was Kleines sagen dazu. Es dauert aber nicht lange. Weil du meintest ja eben, es gibt so, ich glaube, vier oder fünf Versionen von Menschen, die so probieren, etwas zu machen. Stellt euch mal selbst die Frage, welcher Mensch ihr gerade seid. Setzt euch mal hin und denkt einfach nur kurz darüber nach, was für ein Mensch ihr gerade seid. Und seid so ehrlich, wie es nur geht mit euch selbst. Weil wenn ihr die Motivation aufgebracht habt oder die Aufmerksamkeit aufgebracht habt, bis jetzt zugehört zu haben, dann bezweifle ich sehr, dass ihr zu den ersten beiden Menschen gehört. Dann bin ich mir sehr sicher, dass euch schon von eurem Charakter viel eher die anderen Menschen zusprechen würden. Die wissen, dass sie aus sich etwas machen können, aber es vielleicht nicht oft genug probiert haben. Und merkt euch eins, Probleme werden es immer geben. Es gibt immer Probleme auf der Erde. Der reichste Mensch der Welt hat seine Probleme. Der ärmste Mensch auf dieser Welt hat seine Probleme. Jeder hat Probleme. Das Wichtigste ist, und das haben wir auch schon sehr oft gesagt, wie gehst du mit deinen Problemen um? Die meisten Menschen denken sich, ja, aber bei mir ist es anders und ich kann das doch nicht und das geht nicht. Du verstehst meine Probleme nicht. Genau, du verstehst meine Probleme nicht. Oder denkst du, du bist der Einzige, der Probleme hat? Herzlichen Glückwunsch. Genau. Denkst du, du bist der Einzige, der das hat? Ich kenne 100 Leute, die haben ganz andere Probleme. Der eine wird vielleicht morgen erschossen, er haut vor jemandem ab. Der andere kann seine Familie nicht ernähren. Der andere hat sein Kind verloren. Der andere hat nur einen Arm. Herzlichen Glückwunsch. Bruder, das sind ganz andere Probleme auf einem ganz anderen Niveau. Deswegen sage ich doch, guck mal, die Leute und die Menschen wollen das nicht verstehen. Auch wenn du der Mensch bist, wo die ganze Welt sagt, oh ja man, er hat wirklich das schlimmste Leben. Wenn die ganze Welt das sagt über dich. Was jetzt? Ganz ehrlich, was jetzt? Immer noch selbe Situation. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt offiziell der Mensch gekrönt als der mit dem beschützendsten Leben auf der ganzen Welt. Herzlichen Glückwunsch. Bist du in deinem Herzen glücklich darüber? Was jetzt? Was willst du machen? Okay, jeder sagt, du hast recht. Bitteschön, du hast ein scheiß Leben. Du hast kein Geld. Du lebst auf der Straße. Du hast dies und das. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du darüber nörgelst natürlich jetzt unter der Bedingung. Was willst du jetzt von mir? Soll ich jetzt aus Mitleid mit dir heulen? Macht dich das wirklich glücklich? Soll ich jetzt aus Mitleid wirklich anfangen, neben dir zu sitzen und dir zu sagen, ach komm, es wird besser und so dies und das? Das erhoffen sie sich, glaube ich. Was erhoffst du dir denn damit, dass du anfängst, über dein Leben so krass zu nörgeln? Aber guck mal, das ist das Krasse. Wenn du andersrum denkst, wenn du sagst, okay, guck mal, ich habe das beschissenste Leben. Ich habe das beschissenste Leben, aber es gibt vielleicht immer noch etwas, wofür ich dankbar sein kann. Guck mal, wie dich das motiviert. Guck mal, wie dich das, wie das dein Weltbild verändert. Wenn du immer noch sagen kannst, okay, es gibt etwas, wofür ich dankbar sein kann. Guck mal, wie krass. Weil Leute probieren, aus diesem negativen Loch, in dem sie sind, rauszukommen, in dem sie noch negativer sind. Und das ist das Schöne an unserem Glauben, Alhamdulillah. Da wird uns sogar gesagt, sei immer dankbar für alles. Egal, in welcher Situation du bist. Wir sehen die Menschen überall auf dieser Erde. Die haben gerade ganz andere Probleme als wir und die sind für alles dankbar denn noch. Das ist das Krasse. Und wir, wir können uns das neueste Mikrofon nicht kaufen, weil wir gerade zu wenig Geld haben. Was ist das für ein Leben? Ja, wie soll ich das machen jetzt? Klappt doch nicht. Und diese Menschen haben ganz andere Probleme. Wie dem auch sei, lass mich das Ganze ein bisschen auflockern. Ich habe, ich würde zwei Sachen sagen, ja. Eine kleine Geschichte. Ich bin ja jetzt hier an der Grundschule und ich erlebe mal was. Ich erlebe lustige Sachen. Ich habe sogar noch so viel zu erzählen. Ich glaube, unser Podcast würde locker über zwei Stunden gehen. Ein Kollege erzählt mir, er hatte gerade ein Problem unten mit einem Kind. Dass seine Mutter beleidigt wurde von jemandem, ja. Darf ich hier eigentlich einen Ausdruck erwähnen, was so gesagt wurde? Ja, so plattformmäßig ist absolut kein Problem. Und als Erzieher ist es für uns manchmal ein so großes Problem, uns zurückzuhalten, weil wir auch lachen müssen. Wir sind auch Menschen, wir lachen auch über gewisse Situationen. Über kleine Kinder wäre es sogar noch lustiger eigentlich. Er und eine Kollegin mussten einen Streit schlichten. Und der eine ist die ganze Zeit so weinend da. Er macht so, die sagen, was hat er denn gesagt zu dir? Er macht so, er hat meine Mutter gefickt. Zweiklässler oder so. Er weint und sagt, er hat meine Mutter gefickt. Und mein Kollege, er macht so, er macht so. Er sagt, das hat er ganz bestimmt nicht gemacht. Er weint, er macht so mit seinem Kopf, er nickt. Er hat mir das erzählt, ich habe mich kaputt gelacht. Und das sind manchmal so schwierige Situationen für uns, du darfst da nicht lachen. Oder ein Junge wird die ganze Zeit gemobbt von den anderen Kindern. Guck jetzt, er wird die ganze Zeit gemobbt. Er weint, Tommy, ich sage, was denn passiert? Er macht so, die anderen sagen, ich bin schlecht in Fortnite. Er weint deswegen, ja. Ich sage so, deswegen, nein, was habe ich gesagt? Ich meinte, ich sage, das stimmt doch gar nicht. Oder stimmt das? Er macht so, doch, stimmt. Er weint. Er weint, du sagst nicht, er sagt, doch, das stimmt. Und wir haben so auch solche Situationen, wo wir uns dann echt zurückhalten müssen. Das passiert so oft. Und noch ein ganz kleines Beispiel. Entschuldigung. Wir haben einen Schüler auf unserer Schule. Den kannst du schwer bändigen. Er macht das, was er will. So Faxen und so? Ja, er macht sehr viel Faxen. Hört auf keinen Erzieher, gefühlt auf niemanden. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich krass bin, weil ich das kann. Aber ich erzähle dir jetzt das, damit du es verstehst. Selbst die Eltern haben Probleme mit ihm. Er kommt manchmal einfach nicht nach der Schule nach Hause. Er will nicht mitgehen und so. Er macht einfach das, was nach seinem Kopf geht. Er hat doch offiziell ADHS. Wurde bestätigt, sagen sie. Und ich habe mit der Zeit eine gute Bindung zu dem Kind aufgebaut. Ja. Und eins ist mir in dieser ganzen Phase aufgefallen. Immer wenn er was gemacht hat, sind die meisten ihm wie entgegengekommen? Mit Ärger. Mit Strafen. Du darfst das nicht mehr machen. Komm her, für dich ist Verbot. Ja. Wie hat er reagiert? Nervt man nicht. Wer bist du denn das zu mir? Nervt man nicht. Und ich mache trotzdem. Und es ist mir egal. Und sonst was. Eines Tages hatte er Fußballverbot. Er durfte nicht spielen. Und er liebt Fußball über alles. Du konntest ihm nicht einfach sagen, du spielst jetzt keinen Fußball. Ja. Er hat den Ball genommen. Er hat den Ball genommen, weil er weitergespielt. Weil er schießt manchmal andere Kinder ab, nimmt von denen einfach die Bälle weg und solche Sachen. Strafe, du darfst nicht mehr spielen. Ich bekomme eine Nachricht von einer Erzieherin. Kannst du bitte kurz kommen? Du hattest schon mal eine engere Bindung zu ihm. Vielleicht kannst du da was klären, weil er hört gar nicht auf mich. Ja. Ich rufe dich nicht. Ja, ganz kurz. Stell dir gerade vor. Was denn? Ich würde auch lachen. Du gehst zu dem Kind. Ich gebe mir einfach eine richtig tolle Klatsche. Boom. Ich dachte, du spielst nicht. Du gehst hin. Du sagst, ja, wir hatten noch eine gute Bindung. Er wirft um sein Leben drei Steine gegen deinen Kopf. Ich rede gerade, er spuckt einfach mein Gesicht. Das war gerade die Fresse. Zurück zum Thema. Nein. Das war gerade so ein intrusive Thought, Digga. Ich rufe ihn zu mir. Ich sage, guck mal kurz. Er setzt sich zu mir. Ich sage zu ihm, guck mal, das, was ich jetzt sagen will, ist und kommt aus meinem Herzen. Ich meinte, und ich berühre auch seine Brust. Ich sage, ich will wirklich dein Herz damit berühren, mit dem, was ich dir jetzt sage. Ich sage, guck mal, du weißt, ich bin dir nie mit Strafen entgegenkommen. Ich komme dir immer mit Liebe entgegen. Und das ist erst mal dieser Hauptkern. Du kommst dem Kind, was eigentlich immer bestraft wird, mit Liebe entgegen. Da denkst du, hä, keine Strafe? Ja. Du bestraft mich nicht, obwohl ich was mache? Ich komme, und da sitze ich neben mir und ich mache so meinen Arm um ihn und so. Ich sage, guck mal, sei schlau in dem Moment. Die Erzieherin hat dir gerade gesagt, es ist verboten für dich. Und das ist Freitag und du spielst weiter Fußball. Das heißt, sie wird dann am Montag sagen, du darfst nicht spielen. Und du kriegst Ärger, sitzt wieder oben im Büro und sonst was. Ich sage, warum machst du dir das alles kaputt? Du musst schlau sein in solchen Momenten. Ich sage, okay, ich spiele jetzt keinen Fußball, dafür hast du die ganze nächste Woche. Was? Du kannst Fußball spielen. Keiner wird dir sagen, du darfst nicht oder sonst was, weil du jetzt auf sie hörst. Sie wird es ja sehen und dann vertraut sie dir. So wie ich dir jetzt gerade vertraue. Ich sage, verzichte doch auf diese ein, zwei Stunden jetzt Fußball spielen oder eine Stunde, was das auch immer ist. Sag ihr, okay, entschuldige dich bei ihr. Verzichte darauf und nächste Woche Montag, das verspreche ich dir, werde ich dich auf dem Platz sehen, wie du Fußball spielst. Er macht so, okay, er sagt, tut mir leid und so. Ich sage, bei mir musst du dich nicht entschuldigen. Geh zu ihr und entschuldige dich. Ich hatte Feierabend an dem Tag. Ich gehe einfach nach Hause. Ich dachte mir, okay, jetzt, der Rest ist für ihn überlassen. Du gehst zurück, schießt um sein Leben auf diese Leere. Nein, nein, guck mal jetzt, was passiert. Sie schreibt mir nach Feierabend, was hast du denn mit ihm besprochen? Ich sage, wie, was denn passiert? Ich denke mir so, was passiert so? Sie sagt, er kam zu mir, hat sich bei mir entschuldigt und die ganze Zeit keinen Fußball gespielt und sogar die Bälle zurückgegeben, wenn sie rausgeflogen sind. Sie sagt, er hat sich so krass kontrolliert, das habe ich nicht gesehen. Ich meinte zu ihr, ich habe einfach... Nein, weißt du, was ich auch Spaß gesagt habe? Nein, nein, nein. Weißt du, was ich auch Spaß gesagt habe zu ihr? Ich meinte, ich habe ihr 500 Euro gegeben. Sie lacht auch. Sie lacht auch darüber. Ich sage, nein, Spaß. Ich habe ihr einfach gesagt, dass er schlau sein soll und die ist das so kurz gefasst. Sie meinte, ach so, okay und so. Und das ist das, was eigentlich der Hauptfaktor ist. Die meisten Sachen funktionieren nicht mehr mit Strafen, sondern eher mit Liebe. Komm mit einer entgegengesetzten Wirkung dem Kind entgegen und guck, wie du das Kind dann beeinflussen kannst mit dieser Sache. Aber guck mal, du hast eigentlich ein voll schlaues Marketingkonzept angewandt. Und daran sieht man, wie gut es funktioniert, weil es funktioniert sogar bei Kindern. Du hast denen einfach ihre Vorteile gezeigt, als dass du jetzt irgendwie probiert hast, jetzt darauf, was die Situation gerade sagt. Weißt du, was ich meine? Du hast das Positive hervorgehoben und das Negative so in den Hintergrund rücken lassen. Das Kind jetzt in dem Moment würde nichts lieber tun, als Fußball spielen. Und macht es vielleicht sogar ein bisschen aus Trotz. Einfach, weil jemand sagt, nein, macht er einfach aus Prinzip. Genau. Du hast das Negative, dass er jetzt kein Fußball spielen darf, in den Hintergrund gerückt, indem du den Vorteil, dass er nächste Woche die ganze Woche dafür spielen darf, in den Vordergrund gerückt. Aber das war eigentlich eher klar. Weißt du, was ich meine? Das war klar, genau. Man muss das nur noch betonen und besser erklären. Genau, und das ist ja auch das, was gute Verkäufer tatsächlich nichts anderes machen. Viele Leute denken, Höhe verkaufen heißt einfach, Leute was zu versprechen, was eigentlich gar nicht der Fall ist und so dies und das. Aber es stimmt nicht, es ist Quatsch, es ist Bullshit. Wenn das wirklich der Fall wäre, dann hättest du nicht lange deinen Job, dann würdest du fliegen. Allein wenn du Dinge erwähnst, die selbstverständlich sind, nur nochmal hervorhebst. Ja, nochmal hervorheben einfach. Das pusht die Mensch sogar nochmal dazu, das zu kaufen. Du hast von einer Waschmaschine gehört, sie wäscht super, beim ersten Mal gar keine Probleme, alle Flecken sind raus. Du weißt es, du gehst es kaufen und der Mann erklärt dir das so, er sagt so, du musst nur einmal deine Dinge waschen, alles was du reinpackst, einmal waschen und alles ist blitzeblank sauber. Aber das macht jede Waschmaschine auch, aber nur der Hersteller, nur der Hersteller betont das aber. Es ist klar und er betont das und was macht das? Es verstärkt diesen Sinn, den du schon davor hattest, das Verständnis über diese Sache, verstärkt es nochmal. Das heißt, du hast es schon in dir gehabt, aber es wird nochmal hervorgehoben. Das heißt, du überzeugst dich jetzt noch mehr diese Waschmaschine zu kaufen. Und das ist der Trick daran. Das ist das, was gute Verkäufer machen. Also Ladies and Gentlemen, wenn ihr anfangen wollt, viel Geld zu verdienen, wirklich, dann lernt etwas über Sales. Ihr sollt nicht unbedingt, und das ist so das Unmoralische an Sales, ihr sollt jetzt nicht lernen, die Emotionen von jemandem zu manipulieren und anfangen zu sagen. Zu verarschen und sonst was. Zu verarschen und so dies und das. Das, früher oder später, wird sowieso nicht funktionieren. Das ist Fakt. Also wirklich, das ist Punkt Fakt. Weil ihr werdet dann, früher oder später, für die Person, die ihr verkauft, oder wenn ihr selber was verkauft, euren Job verlieren, das Produkt wird sich langfristig nicht richtig verkaufen oder irgendwie sowas. Es hat seinen Nachteil. Ihr macht euch unbeliebt, durch Mundpropaganda auch. Genau, übertrieben unbeliebt. Übertrieben unbeliebt. Also alles hat irgendwie irgendwo seinen Preis. Ja, ich wollte auch eine lustige Geschichte erzählen, wegen dem Arzt. Also was heißt lustig? Ist eher traurig, ehrlich gesagt. Kenn ich die Geschichte schon? Nein, ich habe sie im Stream gestern erzählt. An der Stelle, Ladies and Gentlemen, ich glaube, es ist gut zu erwähnen, meine Damen und Herren, ich streame so gut wie jeden einzelnen Tag momentan ab ungefähr 19, 20 Uhr auf Twitch. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung, meine Damen und Herren. Es würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, weil ich weiß, wir haben uns lange jetzt nicht gesehen, aber wenn ihr meine Visage ein bisschen häufiger sehen wollt, dann hat er ganz hoffentlich auch bald, weil er hat hoffentlich bald wieder Internet. Ich habe Internet jetzt, aber ich habe ganz andere Probleme wieder, wo ich gerade dabei bin, die sie zu fixen. Wie auch immer, ich streame regelmäßig ab 19 Uhr in der Beschreibung. Schaut gerne vorbei. Wir quatschen auch sehr viel. Ich zocke ein bisschen nebenbei, gebe meinem Hobby ein bisschen nach, meine Belohnung. Und ja, das Ärztesystem ist so Katastrophe in Deutschland, das ist nicht mehr normal. Ich glaube, das weiß jeder. Aber ich glaube, ich kann aus erster Hand wirklich alles erzählen. Okay. Ich habe so viele gesundheitliche Beschwerden, die jetzt gerade, nur weil ein Arzt sie nicht als akut klassifiziert, einfach nicht behandelt werden. Du musst dir vorstellen, akut bedeutet ja so wie, muss jetzt dringend behandelt werden. Wenn du dir nicht dein Knie brichst, bist du für Ärzte einfach irrelevant. Alles andere ist scheißegal. Solange jetzt nicht dein Knie kaputt ist und du nicht mehr gehen kannst, ist egal. Und ich habe mir bis jetzt nie den Mumm genommen, einfach Leute anzulügen dafür, dass ich einen Termin kriege und so dies und das. Weil ich wüsste jetzt, ich kenne jetzt schon vier Praxisen, wo ich angerufen habe, wo die mir gesagt haben, okay, wenn es nicht akut ist, was haben sie denn und so dies und das, dass die mir nicht einen Termin sofort geben, sondern erst so in 17 Jahren. Erst dann, wenn die Probleme irgendwie anders behoben werden. Ja, wenn ich tot bin, Alter. Ich schwöre, wenn ich tot bin, kriege ich keinen Anruf noch von denen. Wollen sie ein Termin noch haben? Die rufen den Bruder an und sagen so, was ist mit ihm eigentlich Schluss? Er wollte doch kommen. Er wollte doch in den Termin kommen. Und guck mal, das ist das Schlimme. Ich will mich einfach nur ein kleines bisschen ausholen hier, damit Leute auch hoffentlich meinen Frust ein bisschen verstehen. Ich finde das Zweiklassensystem in Deutschland, das mittlerweile entstanden ist wegen privaten und gesetzlichen Krankenkassen, absolute Katastrophe. Weil wir auch in einer Gesellschaft leben, wo viele Leute weniger machen wollen, mehr Dopamin haben wollen. Also deswegen, wie wir vorhin gesagt haben, weniger arbeiten wollen, dafür mehr Geld bekommen wollen und jeder, so gut wie jeder, darauf scheißt, wie es dir geht. Und sogar Ärzte auf deine Gesundheit scheißen, wirklich darauf scheißen, dass ihnen so egal ist, Hauptsache sie profitieren von dir. Und das ist so weit gegangen, Digga, dass viele Ärzte, bei denen ich gewesen bin, nicht länger saß als fünf Minuten, obwohl ich Wochen und Monate teilweise auf einen Termin gewartet habe. Und das ist, glaube ich, nichts Neues, das weiß mittlerweile jeder, aber der Höhepunkt, das, was mich zum Höhepunkt getrieben hat, war, guck mal, wie respektlos die Sache jetzt ist, ja? In meinen Augen. Ich gehe zu einem Arzt, ich habe übertriebene Knieschmerzen. Also wirklich, ich kann nicht beschreiben, was für Knieschmerzen ich manchmal habe, wegen meinen Knieproblemen, die ich habe, in meiner Kniekehle. Ich kann nicht gehen, ich kann nicht mal sitzen ohne Schmerzen. Das habe ich auf der Gamescom ja gesehen. Sitzen, ich kann nicht sitzen ohne Schmerzen, ich bewege nicht mal mein Bein. Und viele sagen jetzt selbst schuld und so, geh zum Krankenhaus und dies und das, aber ihr versteht das nicht. Es gibt einige Sachen, die kann man nun mal nicht einfach so klären, indem man acht Stunden jetzt im Krankenhaus wartet wegen irgendetwas, nur um dann eine Diagnose zu bekommen, wo die dich auch herzlos behandeln. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe auch mein MRT bekommen und so dies und das. Also ich weiß quasi, was ich habe mit dem Befund. Ich habe mich teilweise auch schon gefühlt selbst behandelt und habe auch schon ein halbes Medizinstudium abgeschlossen bei all den Sachen, die ich gegoogelt habe. Und herausgefunden habe und gefragt, bist du dein Termin? Ich gehe da hin, weil ich übertriebene Schmerzen habe, auch mit meinem Rücken und so alles. Und ich warte fünf Wochen auf diesen Termin. Ich werde am selben Tag angerufen. Mein Termin ist um 16 Uhr, ich werde um 9 Uhr angerufen. Ihr Arzt muss leider ganz dringend irgendwo hin und so dies und das. Wir könnten den Termin verschieben. Da dachte ich mir erst mal, was? So, ich warte doch keine fünf Wochen, um am selben Tag eine Absage zu bekommen vom Arzt. Da dachte ich mir, okay, dies und das. Die sagen mir, ja, wir können den Termin verschieben oder bei einem anderen Arzt. Da dachte ich mir, okay, entweder ich warte jetzt wieder drei Wochen oder vier Wochen oder so, meinte sie mir. Oder ich wähle einfach einen Arzt von derselben Praxis. Mir ist egal, ich wähle einfach denselben Arzt. Ich sage, okay, dann können sie um 15.30 Uhr kommen. Kein Problem. Ich bin hingegangen, 15.30 Uhr, habe einen Termin. Ich war sogar 15.15 Uhr da. Ich habe mich hingesetzt. Ich gucke auf die Uhr, es ist 15.30 Uhr. Ich gucke auf die Uhr, es ist 15.50 Uhr. Ich gucke auf die Uhr, es ist 16 Uhr. Ich gehe vorne da hin. Ich höre nur, wie eine alte Oma sagt, Entschuldigung, wir warten schon seit über eineinhalb Stunden. Kommt der Arzt noch? Ich sage, ja, tut mir leid, ist gerade nur ein einziger Arzt da. Und so dies und das. Und ich sage, ja, was ist mit mir? Ich habe einen Termin verschoben bekommen. Ich bin jetzt zu einem anderen Arzt gekommen. Ich warte auf meinen Termin. Ich sage, ja, was soll ich machen? Das ist der einzige Arzt und so. Und genau so hat sie es gesagt, auch in dem Ton. Das hat mich so provoziert hingegangen. Ich habe mich geschworen, nie wieder einen Schritt in diese Praxis zu setzen. Bei denen ist wirklich schlimm, was zu betroffen ist. Also wirklich, wirklich. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie, ob Allah so will, dass bei mir mittlerweile mein Knie so funktioniert. Also natürlich, was heißt, ich weiß nicht, ich weiß, dass es so ist. Aber es ist so schlimm heutzutage, wenn du wirklich Beschwerden hast. Du bist dann wirklich gegangen, ja, von dort aus? Ja, ich bin einfach gegangen. Weil sie hat mir, ich wollte sagen, okay, wenn ich jetzt einen neuen Termin mache, wann kriege ich den? Wie dann für Wochen? Warum warte ich denn? Wenn du kein Privatkunde bist, ist das so. Und guck mal, jetzt kommt das Dreiste. Ich bin gestern oder vorgestern so spazieren gewesen. Ich laufe so ein bisschen rum und dachte mir, okay, warte mal, eigentlich, wenn ich bei einer Privatpraxis, ich bin nicht privat versichert, wenn ich bei einer Privatpraxis anrufe, als Selbstzahler, dass ich vielleicht einfach nur eine Stunde mir nehme, er sagt mir, was ich habe und dann gehe ich ja nie wieder hin. Ich weiß auch schon mal, das war so mein Gedanke. Weil er hat sein Geld für seine Stunde bekommen, ich habe meine Ergebnisse, dann weiß ich wenigstens, was ich habe. Da hat mir endlich jemand gesagt, guck mal, du hast, ich weiß bis heute nicht, was ich habe. In meinem Befund stehen ein paar Sachen, aber das läuft nicht darauf hinaus, für diese Probleme, die ich habe. Und ich habe sogar Chat-GPT gefragt, was sagt mir mein Befund und dies und das, hat mir ein paar Sachen aufgelistet und hier und da. Aber wie auch immer, ich gehe, ich rufe da an, ich sage, Entschuldigung, ich würde gerne als Selbstzahler in die Praxis kommen und so dies und das, was kostet denn eine Stunde bei Ihnen? Sie sagt, ja, wir haben gerade Aufnahmestopp. Und ich so, ja, okay, aber ich würde ja trotzdem gerne wissen, falls Aufnahmestopp vorbei ist oder so. Ich wollte einfach nur wissen, wie viel das kostet. Sie sagt, die sind aber gesetzlich versichert, ne? Ich sage, ja. Und sie hat schon in so einem Ton geredet, ach, noch so einer, der so anruft und fragt. Okay. War richtig respektlos. Ich sage, was kostet denn eine Stunde? Sie sagt, ja, eine Stunde kostet 350 Euro. Was? Wie bitte? Das ist einfach gefühlt mein Monatsbetrag für die gesetzliche Krankenkasse. Aber weil ich ja sowieso alle sechs Wochen Termin kriege, würde es sich sogar lohnen. Weißt du, Schwein? 150 Euro, ja. Denk mal kurz darüber nach. Du zahlst monatlich so viel Geld für die Krankenkasse, damit du von Ärzten einfach einen Arschtritt bekommst. Die dich dann so lange warten lassen. Die dich so lange warten. Und schlecht behandeln und kurz behandeln. Ja, aber guck mal, ich frage mich. Ich habe nie wirklich verstanden, wie das funktioniert. Aber, ach so, weil ich glaube, weil der Gesetzgeber, also Deutschland irgendwie ein festes Gehalt mäßig für gesetzliche Krankenkassen festgelegt hat, die Leute, die die Ärzte bekommen dürfen für einzelne Behandlungen. Ich glaube, deswegen, das war der Punkt. Aber ich sage, wenn du für so eine Stunde gesetzlich vorgegeben, Jan, immer noch einen Stundenlohn hast, warum machst du deine beschissene Arbeit nicht richtig? Du bist Arzt. Du bist nicht jemand, der sich sagen kann, okay, ich bin jetzt verhältnismäßig Software-Engineer oder so, wo ich sage, okay, es hat jetzt keine schwerwiegenden Folgen, wenn ich mal vielleicht einen kleinen Fehler gemacht habe oder wenn ich mal... Oder Arzt, ja. Ich bin, ich bin oder, keine Ahnung, es gibt ja hundert andere Sachen. Ich arbeite in einem Büro, ich habe eine Datei vielleicht anders hingeschickt, versehentlich und dies und das. Du bist Arzt. Du bist ein beschissener Arzt. Du hast sechs, wenn nicht sogar sieben Jahre Medizinstudium hinter dir gebracht, nur damit du keinen Bock auf deinen Job hast. Geh, arbeite in einer anderen Praxis. Geh, mach irgendwas anderes. Lass Privatklinik, geh dich bewerben, damit da Privatpraxen kommen oder Privatpatienten kommen oder irgendwie sowas. Du bist ein... Das ist mal wieder so aggressiv, wirklich. Bei mir machen mich die Internetanbieter so aggressiv und bei dir sind das die Arzt. In diesem Land läuft wirklich so vieles falsch. Von der Gesetzgebung bis hin zu den Leuten, die mittlerweile in diesem Land arbeiten. Und ich glaube, sehr viele Menschen in diesem Land wären glücklicher, wenn die Leute da oben ein paar andere Entscheidungen treffen würden. Ja, safe. Und das, also wirklich, guck mal ganz kurz, es geht schon so weit, wo ich sage, Deutschland hat einfach keine Zukunft. Und ich meine das richtig ernst. Guck mal, Deutschland macht sich jetzt gerade mit dem Konflikt und der einseitigen Aufstellung, Positionierung in diesem Konflikt so unglaublich unbeliebt auf der ganzen Welt. Denkt mal kurz darüber nach. Viele Leute, jetzt, wir nennen es mal beim Namen, der Israel-Palästina-Konflikt. So viele Menschen oder so viele Länder haben dafür gevotet, gevotet, das war ja so ein UN irgendwie, glaube ich, so ein riesiger Wort. Wegen dem Krieg. Wegen dem Krieg, dass Waffenstillstand oder irgendwie sowas herrschen soll. Ich glaube, von hundert wie vielen Ländern haben 97 oder so dafür gesagt, dass auch komplett aufhören soll und Israel sich zurückziehen muss und dies und das. Deutschland hat sich einfach offenkundig dahingestellt und meinte, nee, soll nicht aufhören. Die haben sich enthalten, habe ich gehört. Ja, es ist ja einfach die Antwort. Die wollten genau. Wenn du sagen kannst, wenn du zwei Kinder siehst, die sich boxen, um ihr Leben boxen, also ist jetzt ein bisschen Downgrading, wie ich es formuliere, aber ihr wisst hoffentlich, dass ich nicht böse meine. Du meinst, wenn ein Kind das andere schlägt. Wenn ein Kind das andere totschlägt, du sagst, nee, ich mach nix, Digga. Wie positionierst du dich in dieser Lage? Was ist deine Positionierung? Weißt du, was ich meine? Du willst, du als Mensch, wenn du das nicht aufhältst, sorgst du dafür, dass es weitergeht. Das ist Fakt. Das heißt, enthalten oder nein sagen ist keine Option bei sowas. Was ich aber nicht verstanden habe ist, zu dieser Thematik, es haben sich doch so viele dagegen gestellt. Warum geht es weiter? Mann, weil... Weil zwei Leute zwei, drei Länder ja sagen oder nein oder was. Weil dieses Land von Menschen regiert. Egal. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Thematik. Also wirklich, das ist nochmal eine so unglaublich riesige Thematik, ladies and gentlemen, die wir hoffentlich, also ich hoffe, ihr wisst alle, wie ich und Atakan zu diesem Thema stehen und ich glaube, ihr da draußen, die uns zuhören, solltet das genauso tun. Freiheit für jeden, Freiheit für jeden Menschen auf dieser Welt, Freiheit für jeden Muslim, für jeden Christen, für jeden Juden, Freiheit für all die Familien, die gerade so viel Leid durchmachen auf kriegsbesetztem Land. Freiheit für jeden, inshallah. Ich hoffe, ihr kennt meine und Atakans Positionierung zu dieser Sache. Wir haben es auch schon sehr oft geäußert. Ja, das ist ein guter Abschluss. Das ist ein sehr guter Abschluss zu dieser Sache, meine Damen und Herren. Das war der 31., 32., 32., keine Ahnung, irgendwie Podcast. Ich und Atakan wünschen euch von Herzen nur das Beste. Vergesst bitte nicht, alles fängt mit einem einzigen Schritt an. Noch ein kleines Fazit von mir. Alles fängt mit einem Schritt an und es wird sich niemals etwas in eurem Leben ändern, wenn dieser erste Schritt nicht so schnell es geht, von euch heute noch gemacht wird. Ihr müsst nicht unbedingt wissen, was ihr tun wollt. Ihr müsst nur erstmal etwas machen. Und daraus wird sich dann hoffentlich irgendwann so eine riesige Vision oder vielleicht sogar dieses Talent entwickeln, was ihr jetzt noch gar nicht kennt, aber dann dafür sorgt, dass ihr irgendwann Millionen, wenn nicht sogar Milliarden schwer seid. Inshallah. Ich drücke euch die Daumen. Ich hoffe, dass jeder das erreicht, was er sich wünscht, wenn es gut für ihn ist. Und zieht einfach durch. Macht euer Ding. Lasst euch niemals etwas Schlechtes einreden. Auch von den engsten Leuten nicht. Lasst euch eure Träume nicht rausreden, nur weil einer sagt, du schaffst das nicht oder das ist unmöglich. Versuch es einfach. Versuch es, versuch es, versuch es. Irgendwann, wenn du selber damit abschließt und sagst, okay, ich möchte vielleicht was anderes machen, dann kannst du aufhören und was anderes machen. Aber hör niemals ganz auf. Niemals. Egal, was passiert. Und an der Stelle nochmal ein großes, fettes, riesiges Dankeschön für den Support, den wir trotzdem noch bekommen, obwohl der Podcast so unregelmäßig in letzter Zeit geapplaudet wurde. Ich bemühe mich, so gut es geht, wirklich so unglaublich gut, wie ich nur kann, regelmäßig Content hochzuladen und auch Podcasts hochzuladen, damit ihr von mir und Atakan, Inshallah, solange wir leben, noch ein kleines bisschen was hört. Wer weiß, wo uns dieser Weg noch hinbringt. Wer weiß, wo ihr irgendwann stehen könnt, wenn ihr heute anfängt, den ersten Schritt zu machen. Vergesst nicht, auf Twitch vorbeizuschauen. Atakan ist auch verlinkt, hier in diesem Podcast, meine Damen und Herren. Ihr seht uns jeden Abend ab 19 Uhr bei mir auf Twitch. Bei Atakan weiß ich es nicht, ganz unwichtig. Ich weiß. Wir lieben euch und Assalamualaikum. Assalamualaikum. Auf Wiedersehen.